Die Gewinnspielwoche beim Aktiv & Gesund Podcast. Gewinne gigantische Preise. Alles, was du dafür tun musst, erfährst du in der Folge. Viel Spaß beim Mitmachen. Herzlich willkommen beim Aktiv & Gesund Podcast. Mein Name ist Chris Schwarz und wir befinden uns bei Folge 1 von der Special Woche, der Gewinnspielwoche des Aktiv & Gesund Podcasts. Wir haben gesagt, okay, aufgrund dessen, dass dieser Podcast so geil bei euch ankommt, dachten wir, wir tun euch jetzt mal was Gutes. Und zwar, ihr könnt gewinnen. Drei Hauptpreise gibt es und die haben es tatsächlich in sich. Denn der dritte Preis, das ist nichts Geringeres als ein professionelles Fotoshooting im Wert von 149 Euro, bei dem du dich von deiner besten Seite präsentieren kannst und wirklich wunderschöne Profifotos für die Ewigkeit bekommst. Der zweite Preis, der passt perfekt in die Urlaubssaison. Denn wir verschenken einen Reisegutschein von Aktiv & Gesund Reisen im Wert von 199 Euro. Das ist viel Geld, gerade jetzt in der Ferienzeit. Das passt bestimmt wunderbar für die Urlaubskasse. Das ist der zweite Preis. Der Hauptpreis, das ist eine Einjahresgratis-Mitgliedschaft von Aktiv & Gesund. Und das Ganze im Wert von 1000 Euro. Und solltest du jetzt vielleicht, lieber Hörer, irgendwo sein, wo wir kein Studio, noch kein Studio haben. Das ist gar kein Problem. Das Ganze ist tatsächlich dazu da, um es auch weiter zu verschenken. Das heißt, selbst wenn du sagst, okay, ich brauche den Reisegutschein nicht, ich möchte ihn weiter verschenken an Freunde, Bekannte, meine Liebsten, dann ist das natürlich möglich. Was ihr dafür tun müsst, ja, da komme ich dann am Ende der Folge zu. Das ist ganz einfach. Aber wir haben gesagt, okay, bevor es die Gewinne gibt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir haben uns überlegt, okay, was für Themen können wir denn in dieser Gewinnspielwoche von Aktiv & Gesund besprechen. Und da haben wir uns hingesetzt und dann haben wir mal geschaut bei Antenne Mainz, denn da bekommen wir ja immer mal wieder Hörerfragen. Und da haben wir mal aussortiert, welche Hörerfragen denn wirklich über die Jahre hinweg am meisten an uns herangetragen wurde. Und eine Hörerfrage war tatsächlich eine Frage zum Thema Ernährung und zwar zum Thema Crash-Diäten. Es wurde immer wieder gefragt, welche Diät kannst du empfehlen, was hältst du von Crash-Diäten, was ist eigentlich eine Crash-Diät? Und da haben wir gesagt, okay, komm, weißt du was, das Thema, das behandle ich jetzt nochmal in aller Ruhe und versuche jedem Menschen da draußen einmal zu erklären, was ist eine Crash-Diät eigentlich? Warum solltet ihr keine Crash-Diäten machen, egal welche? Und vor allem, was hat das für körperliche und auch gesundheitliche Folgen, wenn ihr in diesem Teufelskreislauf der Crash-Diäten einmal drin seid? Mal ganz grob, eine Crash-Diät, wenn ich das übersetzen würde ins Deutsche, dann würde es Unfall-Diät heißen. Kein Mensch würde eine Unfall-Diät machen, weil kein Mensch möchte ja einen Unfall machen. Das Problem ist aber tatsächlich, bei einer Crash-Diät, da baust du wirklich einen Unfall und zwar langfristig tatsächlich mit einem Stoffwechsel. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir nehmen Maria, Maria ist 1,70 Meter groß, wiegt 82 Kilo, der Jahresurlaub, der Sommerurlaub steht vor der Tür und Maria entscheidet sich, ah, ich fühle mich irgendwie nicht so wohl, mein Bikini, der passt mir auch nicht mehr so gut. Und ich mache eine Crash-Diät, ich mache eine Diät, ich habe da was in der, was weiß ich was, in was für einer Zeitschrift gelesen, wo mir versprochen wird, ich nehme 21 Kilo in drei Wochen ab, das Ganze auch nur Depofett, auch noch gezielt Körperfett kann ich damit verbrennen, indem ich beispielsweise, was weiß ich, nur Suppe esse. Okay, mal Punkt 1. Erstens, Crash-Diäten haben alle verschiedene Dinge gemeinsam. Zum einen, sie versprechen maximalen Erfolg in Kürzes der Zeit und wenn sie ganz, ganz frech sind, dann natürlich noch ohne zu hungern. Egal, ob das eine Kohlsuppendiät ist, eine Stoffwechselkur, eine Kokosnussseet, eine Kartoffeldiet etc. Das ist immer dasselbe. Was haben sie noch gemeint? Meistens wird auf zwei von drei essentiellen Makronährstoffen verzichtet. Makronährstoffe sind folgende, Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Wenn ich zwei von diesen drei radikal aus meiner Ernährung streiche, dann nehme ich zwangsläufig ab. Da kann ich nichts dran ändern, weil ich meistens absolut unterkalorisch lebe. Und der dritte Punkt ist, den haben alle Crash-Diäten gemeinsam, der sogenannte Jojo-Effekt im Nachgang. Und das möchte ich euch jetzt einmal erklären, weil der Jojo-Effekt, der hört sich so spielerisch an, aber der Jojo-Effekt ist ziemlich, ziemlich blöd. Da wollen wir nicht rein. Jetzt gehen wir einmal zurück zur Maria. Wie gesagt, 71 groß, 82 Kilo. Maria fängt die Doof-Diät an. Die Doof-Diät sagt, okay, hör mal zu, du darfst am Tag 500 Kalorien essen. Das Ganze über Gemüse und trockenem Putenfleisch. Okay, 500 Kalorien. Das Ganze geht drei Wochen. Maria beginnt das. In den ersten zwei bis drei Tagen hat Maria eigentlich einen kalten Entzug, was Zucker betrifft. Das heißt, meistens bekommen die Leute Kopfschmerzen, schlechte Laune. Wir hatten sogar schon Leute, die von Suizidgedanken gesprochen haben, aufgrund des Zuckermangels. Weil Zucker wirkt teilweise auch wie eine Droge. Und wenn ich da einen kalten Entzug mache, dann kann das blöd sein. Aber die Pfunde, die purzeln. Maria ist glücklich. Sie hat schon in den ersten drei Tagen, was weiß ich, wie gesagt, die Zahlen sind jetzt einfach aus der Luft gegriffen. Bitte nicht mich darauf jetzt festnageln. Nimmt in den ersten drei Tagen drei Kilo ab. Wow, mega, das funktioniert ja. Super. Dann geht es weiter. Maria nimmt in der nächsten Woche insgesamt sieben bis acht Kilo ab. Sagt, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Der Hunger sei mal nebenangestellt, weil wirklich sie hungert. Weil wenn sie nur 500 Kalorien isst, isst sie absolut unterkalorisch. So, und dann geht es in die zweite Woche und auf einmal stagniert die Waage schon ein bisschen. Es passiert nicht mehr so viel. Warum? Weil Maria in der ersten Woche nämlich Folgendes verloren hat. Zu allererst mal Wasser. Sie hat erstmal entschlackt. Das heißt, das, was auf der Waage dasteht, was da runter geht, das ist zu 80 Prozent meistens Wasser. Die restlichen 20 Prozent ist leider die Muskelmasse. Dazu komme ich gleich, weil da zündet Woche zwei von dieser Crash-Diät. Kein Wasser ist mehr da. Ich ernähre mich weiter unterkalorisch. Mein Stoffwechsel denkt, okay, der ist noch ein bisschen mittelalterlich gepolt. Oh mein Gott, ich verhungere. Was brauche ich jetzt nicht? Muskulatur, weil es wird in der Regel nicht trainiert während dieser Crash-Diät. Und Maria fängt dann in der Woche zwei an, Muskulatur abzubauen. Das merkt sie nicht. Sie merkt vielleicht, dass sie schwächer wird, müder wird, irgendwie antriebslos ist. Das kommt alles einher. Sie geht auf die Waage. Wow, nochmal vier Kilo abgenommen. Hey, geil, ich habe schon elf Kilo abgenommen. Wunderbar. Super. Die dritte Woche, das ist dann wirklich schon Quälerei. Das grenzt an Folter. Aber Maria zieht durch, nimmt nochmal zwei Kilo ab, weil sie sich halt aufgrund der Antriebslosigkeit auch deutlich weniger bewegt, als sie es sonst getan hätte. Und siehe da, sie hat in Summe am Ende, was weiß ich, 14 Kilo abgenommen. Wow, mega. Sie ist ready für den Urlaub. Sie fühlt sich gut. Naja, sie fühlt sich nicht so gut, aber natürlich, sie hat, sieht erstmal diese Zahl auf der Waage. Da kriegt sie Glücksgefühle. Endorphine werden ausgeschüttet. Wow, mega. Das waren zwar nicht, wie versprochen, die 21 Kilo und irgendwie, ja, den Po-Fett irgendwie habe ich jetzt auch nicht wirklich verbrannt, weil wenn sie sich dann vor den Spiegel stellt, merkt sie, okay, sie hat zwar abgenommen und natürlich sieht sie schlanke aus, weil sie auch viel Wasser verloren hat, aber so rein von der Körperkomposition her hat sich irgendwie nicht so viel getan. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo es wirklich kritisch wird. Maria fängt im Urlaub nämlich an, ganz normal wieder zu essen. Die ersten zwei, drei Tage hat sie natürlich viel weniger Hunger, weil sich der Körper daran gewöhnt hat, dass er so wenig bekommt. Aber sie beginnt ganz normal wieder zu essen. Das heißt, sie isst ihre Kohlenhydrate, sie isst, keine Ahnung, abends ihre Spaghetti Bolo, sie genießt das, sie trinkt im Urlaub vielleicht noch den Gläschen Wein und ein, zwei Cocktails an der Bar. So, und ruckzuck isst sie wieder bei ihren, jetzt gehen wir mal von 2000 Kilokalorien aus, die Maria eigentlich täglich essen kann und soll, damit ihr Organismus überhaupt funktioniert. So, die isst sie jetzt wieder. Was ist jetzt aber in der Zeit der Crash-Diät passiert? Jetzt vereinfachen wir das mal. Jetzt nehmen wir mal an, Maria hat 82 Kilo, einen Grundumsatz von 2000 Kalorien, weil sie eine prozentuale muskuläre Verteilung hat von 30 Prozent. Bitte, wie gesagt, nicht auf die Zahlen festlegen. So, jetzt baut Maria in dieser Crash-Diät nämlich folgendes ab. Was habt ihr gelernt? Wasser und Muskulatur. Wenn wir eines nicht abnehmen wollen in unserem Leben, dann ist das Muskulatur. Warum? Weil je mehr Muskeln ich habe, desto mehr darf ich essen, ohne zuzunehmen. Im Umkehrschluss darf ich weniger essen, wenn ich weniger Muskulatur habe. Das heißt, vor Beginn der Crash-Diät hatte Maria einen Grundumsatz von 2000 Kalorien. Jetzt hat sie nur noch einen Grundumsatz von 1500 Kalorien, weil sie ganz viel Muskulatur abgenommen hat. Heißt, in dem Moment, wo sie sich wieder normal ernährt, sie isst ja nicht übermäßig viel oder frisst sich die Kilos alle wieder drauf, sondern sie isst einfach wieder normal, wie vor der Diät, isst aber jeden Tag 500 Kalorien im Überschuss. Drei Wochen nach Beendigung der Diät wiegt Maria nicht mehr 82 Kilo wie vor der Diät, sondern meistens 85 Kilo. Das heißt, der Jojo-Effekt hat volle Lotte reingescheppert. So, was macht Maria, wenn sie das nicht weiß? Sie sagt, ah, da war ja mal so eine Diät. Die hat ja so wunderbar geklappt. Die mache ich einfach nochmal und dann isst sie in diesem Teufelskreislauf, wo sie irgendwann mal gar nichts mehr ist. Im schlimmsten Fall vielleicht eine Essstörung entwickelt, weil sie keine Ahnung, Panische Angst vor Kohlenhydrat und Fette hat, weil sie davon ausgeht, dass wenn sie die isst, nimmt sie zwangsläufig zu. Und da reden wir nicht von körperlichen Herz-Kreislauf-Beschwerden, sondern teilweise auch von psychischen, mentalen Problem, weil die Leute eine Essstörung entwickeln. Und das ist eine Folge von Crash-Diäten. In dem Moment, wo ich das verstehe, wo ich das weiß, gehe ich vielleicht ein bisschen skeptisch an so Zeitschriften ran, die mir mit der Kartoffel-Diät 25 Kilo in zwei Tagen versprechen. Ich übertreibe bewusst. Das heißt, habt da bitte ein Auge drauf. Und jetzt verrate ich euch, wie ihr diesen Jojo-Effekt ein für alle Mal verhindern könnt. Erstens, macht keine Crash-Diät. Eine ausgewogene, ausgeglichene Ernährung, bestehend aus Kohlenhydraten, ein bisschen Fette und reichlich Proteine, ist absolut das Beste, was ihr tun könnt. In Verbindung, und jetzt kommt der zweite Tipp, mit Krafttraining. Warum Krafttraining? Weil Krafttraining meine Muskulatur entweder aufbaut oder gar erhält, was natürlich in einer, sage ich mal, leichten Diät, wo ich ein bisschen weniger esse oder ein bisschen mehr verbrenne, als ich zu mir nehme. Ist das ganz wichtig, damit wir die Muskulatur behalten. Warum? Ihr habt es verstanden. Weil Muskeln verbrennen Körperfett und je mehr Muskeln ich habe, desto mehr darf ich essen. Dann sind wir mal ehrlich. Wenn ich die meisten Menschen frage, okay, was ist dir denn wichtiger? Dein Spiegelbild und deine Gleitergröße oder die Zahl der Waage? Da sagen die meisten, ja, ersteres. Und jetzt kommt der nächste Tipp. Die Waage ist nicht euer Freund. Die Waage ist im Prinzip nur ein Gerät, wo Batterien drin sind, das euch eine Zahl anzeigt und euch eine grobe Richtung gibt. Wenn ihr eure Körperkomposition ändern wollt, wie beispielsweise Maria, die sagt euch, okay, eigentlich will ich ja nicht nur einfach abnehmen, sondern ich hätte gern wieder eine knackigere Figur mit einer strafferen Haut, dann ist die Waage a nicht euer Freund und ihr kommt nicht um ein schönes Ganzkörperkrafttraining mit ein bisschen Ausdauersport. Da kommt ihr nicht drum rum. Das ist aber das Beste, was ich euch empfehlen kann, was ihr tun könnt, wenn ihr wirklich sagt, okay, ich möchte abnehmen, ich möchte, dass sich mein Körper ins Positive verändert. Ab heute verspreche ich euch, macht ihr nie wieder eine Crash-Diät. Und wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die gerade die Kokosnuss-Diät machen oder seit zwei Wochen nur Kohlsuppe essen, dann zeigt ihnen bitte diese Folge und ich verspreche euch, ihr tut nicht nur euren Liebsten was Gutes, weil ihr sie vom Verhungern bewahrt, sondern ihr guckt auch, arbeitet präventiv mit diesen Menschen, damit sie nicht langfristig krank werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und abschließend dazu komme ich jetzt zu dem Punkt, wie ihr nämlich jetzt belohnt werdet, weil Belohnung ist ja auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man soll sich auch immer belohnen am Ende des Tages. Wie könnt ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen? Ist ganz einfach. Ihr bewertet einmal diesen Podcast, idealerweise positiv, weil ihr einen Mehrwert davon hattet und macht einen Screenshot von eurer Bewertung und schickt das bitte an unseren Instagram-Account via DM. Mit dem Screenshot, mit der Bewertung, mit kurz eurem Namen und dann seid ihr automatisch im Lostopf, den wir nächste Woche dann lüften. Das heißt, ihr habt es verstanden, Podcast einmal bewerten, Screenshot machen, uns bei Instagram über die DMs schicken, der Name ist aktiv- und unterstrich gesund-, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, einfach vorbeischauen und dann seid ihr automatisch im Lostopf. Ich drücke euch den Daumen, wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich sehr auf euch, bis dahin, bleibt aktiv, bleibt gesund, euer Chris.